Habt ihr mitgekriegt, Muckelchen will nächste Woche Doreen eine Lehrstunde geben. Was hat er denn gesagt? Hat sie mir vorher erzählt, dass er sie angeschrieben hat, deswegen. Achso, in dem Spiel hier oder was? Ja. Weil er das Gefühl hatte, sie hat keinen Spaß dran und dann hat sie gemeint, doch, aber sie kommt halt nicht so ganz klar. Dann hat er ihr angeboten, er gibt ihr eine Lehrstunde. Warum nicht? Na, ich finde das nett. Wenn er die Geduld dazu hat, soll er das gerne tun. Das würde er wahrscheinlich nicht anbieten, ne? Ja, vermute ich auch. Natürlich ist schon wieder jemand los. Nja. Nja, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Mein Frust abbauen. Warum, welchen Frust? Gestorben. Ach, Schnulli. Hättest mich halt nicht gerettet, dann wärst du nicht gestorben. Diese Scheiß-Penner. Diese Scheiß-Penner. Versäulich haben wir eine komplette Statistik. Diese Scheiß-Penner. Hättest dich halt sterben lassen sollen. Und du wolltest noch in die Kiste gucken. Achso, stimmt ja. Sag das doch mal früher. Herbstoff. Ja, hab ich das vergessen. Bin doch schon alt. Was gibt's denn da Feines? Oh. Dankeschön. Dankeschön. So. Das ist ein Penner. Das ist ein Penner. Jetzt hab ich einen besseren Schockstab. Haha. Ich kann jetzt alles am Wasser saufen. Ohne Durchfall. Cool! Läub liegen für die Mama. Das ist Big Mama. Das ist doch fettig, Mama. Nein, Big Mama. Das ist ein Unterschied. Statox, stank ich dir für den Rate. Wie geht's dir? Was hast du Schönes gezockt? Ohne Stankgeil mitgeradet und so kriegst du sofort ein. Seven Days hast du gezockt? Wow! Insane, oder? Boah, sowas zockst du noch? Nee. Also irgendwie krieg ich bei dir immer den gleichen Clip. Du wirst vielleicht bestehen. Ja, eigentlich nicht, aber das ist sehr verwahrt. Oh, hallo. Hör dir diese Beauty an, die geht direkt in Flammen auf. Die ist so hot, die geht direkt in Flammen auf. Ahhhh. Das krabbelt hier rum, glaub ich. Wait. Heyo! Da ist der Louis in Ruhe! Das war's. Kann sie aufzuhupen. Sie machen nur das Ungeziefer an. Kann sie auf. Wenn gleich das Ungeziefer kommt, sind sie schuld. Ja, erst Krach machen und dann abhauen. Ja, ja. Du dover Händler, mach jetzt endlich auf. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, er hat keine! Du kleines mieses dummes Weh, stirb einfach! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hallo Eminem, was willst du denn hier? Untertitelung des ZDF, 2020 Das war meiner! Das ist unfair! Alles wird einem vor der Nase gewopst! Das ist voll unfair, was du da tust! Das war meiner! Oh Gott, bei diesem Doppelhaus habe ich jetzt eine Mission! Er hat übrigens keine Reifen! Eben heilen und dann rein in die Mission! Viel Erfolg! Mehr Seifell finde ich ja krassen Scheiß! Vielleicht findest du ja einen Reifen! Ja, du bist ja genau gerade bei mir hier, oder? Hast du gerade jetzt gestartet, oder? Ich hab hier gerade eine Mission gestartet, ja! Ihhh! Das war doch meine, oder nicht? Bei einer Reihe! Ich hatte gerade hier eine Mission! Ich auch! Hast du dir beide da eine? Vielleicht! Ich bin hinterm Haus gewesen! Ein wunderschönen Bongiorno! Ich dreh einfach mal die Tür ein! Mach alles kaputt, was du siehst! Alles? Okay! Außer'n Loot, den kannst du ganz lassen! Hallöchen! Guck mal, wann da herfliehen wir! Ja! 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 Los! Bist du oben, oder? Ich bin oben rein, ja! Hallo! Hallo, die Dame! Wie geht es Ihnen? Oh, hier wird irgendeiner was! Hinlegen! Ich dachte, hinlegen! Jetzt wo fährt die Mama! Der hat doch Interesse an dir! Der hat doch Interesse an dir! Ich wollte sagen, dass du... Da hat der Bock! Kamera macht dort irgendwas einen Krawall! Ja! Mach auch ne Mission! Ja! Mach auch ne Mission! Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie zur Scheune kommen! Weil da war nämlich auf jeden Fall der Hauptloot! Ich hab die Scheiße gerade gemacht und weißt nicht mehr, wie ich da hinkriegekommen bin, ne? Total geil! Ich finde, in medizinischen Vorreden finde ich Papier! Das ist auch interessant! Ja, jetzt weiß ich wieder genau hier unten, der Keller! Stirbt der Reifer, oder wie ich das nennen soll? Ja! 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 Das müssen dich vor Augen ist! Hör, hier ist ein Grüne! Boah! Da kommt noch so hin, oah! Fuck! Hallo, Misa, dreckiger! ganz billiger jetzt habe ich noch irgendeine runtergefallen gerade du bist zu spät zur party im keller ist noch einer ich glaube ich soweit clear immer keller gucken ja ja ich weiß wo es genau hier ist auch nämlich sehr schön ich muss mal gucken ob ich hier oben da was vor da oben ist eine loot das habe ich hier das habe ich hier genau ich gehe dann einfach schon zum händler zurück viel spaß kannst du da dinge looten vielleicht findest du ja was geiles was ich dir dann gebe ne mensch hoch nicht runter holt den kopf da mal bin ich denn zu doof oder was hier meine leiter hoch zu gehen da da weil ich ja nur scheiße ist mir komplett verarschen nicht ganz schön dieser brä oder abholen und säubern in 354 metern ja das passt das machen wir ja 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 Das war's für heute. Junge, immer wieder Polizisten. Oh, ein Reifen gefunden schon mal. Juhu! Junge, immer wieder Polizisten. Juhu! 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 Ja, sieh eine Screamerin mitten in der Mission hier. Willst du mich verarschen in so einem Schrank? Juhu! 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 Ich habe U2-Reifen, noch zu Info. Es fällt ja nur noch einer, oder? An sich schon, ja. Dann hätten wir einen zweiten 4x4. Ich habe U2-Reifen, noch zu Info. 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 Du gibst mir doch aber auch nur Scheiße, du Vogel. Ich habe U2-Reifen, noch zu Info. 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 Ich bin in der Mission. Ich habe U2-Reifen, noch zu Info. Ich hatte ja auch schon ein paar, aber ich musste abbrechen. Guten Tag. Oh, was ist da noch etwas? Mein nur neu-Business ist das wirklich. Denn du kannst halt die Fresse. Da habe ich mir direkt eine Kugel in die Pirne. Was da wieder aussieht, dann stört das nicht.